Möchtest du Geld sparen? Tatsächlich sind es meistens die kleinen Dinge, die uns viel Geld kosten, die uns eigentlich gar nicht so auffallen. Zum Beispiel hier im Badezimmer. Ich zeige dir einen genialen Trick, mit dem du viel Geld bei deinem Seifenspender sparen kannst. Denn vielleicht wunderst du dich, warum dein Seifenspender immer so schnell leer ist. Das liegt daran, dass hier viel zu viel Seife rauskommt, die man zum Händewaschen gar nicht benötigt. Und jetzt zeige ich dir, wie du das verhindern kannst. Dafür brauchst du einfach nur ein solches Gummiband. Dieses wickelst du jetzt um den Pumpspender. Ich zeige dir das hier gleich noch einmal von dichter dran. Du nimmst es jetzt also und wickelst es hier schön rum. So lange, bis das Gummiband hier auch fest sitzt. Denn dadurch, dass du es hier rumwickelst, kommt beim Pumpen nicht mehr so viel Seife auf einmal raus. Es ist aber natürlich immer noch genug, um die Hände zu waschen. Und so sparst du sehr viel Geld, weil du nicht mehr so viel Seife benutzt. Wende diesen Trick also unbedingt an, wenn auch du Geld sparen möchtest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.